Hallo und Willkommen bei meinem ersten Let's Break von PixelGuard. So, ja, ihr seht vielleicht, dass da oben klar, dass es umsteht, dass mein eigentliche Account von Google. Also ja. Aber jetzt werden wir erstmal kämpfen. Das ist mein erstes richtiges Video auf meinem neuen Account. Ich hab noch neigen Daumen, ich hab noch neigen Daumen, aber jetzt fangen wir mal an. Wir machen ein schönes Deathmatch, ohne zu verliehen. So. 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 Wir fangen jetzt schön mal Mafia wieder. Wenn wir zwei Bände mit dem Traum. Jetzt geht's erstmal wieder langsam. Das wird auch mein erstes Projekt sein. Ich werde sehr wenig machen, weil ich sehr wenig Zeit hab. Und, ja. Kann mir, kann mir da anfangen? Okay. Okay. Okay, jetzt geht's recht los. Was ist das für ein Tremmer? Fehler. Oh, Muni. Okay. Okay, ich bin glaub ich auch genug. Aber, yo. Tötem wir jetzt mal diesen Player. Und, ja. Und, geht geht. Entschuldigen. Wundert euch nicht. Ich werde es von den Mobile Games machen. Wir haben noch einen Doppelkill. Gut. Weiter. Zusammen. Komm. Das. Da. So, machen wir das mal... Ey, weg! Der ist weg! Wächst ganz... Der läuft einfach weg! Der läuft einfach weg! Weiter! Weiß ich nicht, was ich gemeint! Verkämpfen wir uns hier vielleicht? Das kann gut sein, aber nicht. Oh, Mist! Schossen! Oh, Schuss! Stopp! Mögen Sie alle werden! Das war schlecht! Tada! Da, 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 da! Da, da, da! Zum Kipp! Ich hab mir das Spiel auch gerade was gebounded. Ich spiel das jetzt zum zweiten Mal. Ich hab das Tutorial schon lange gespielt, aber sonst spiel ich schon erstmal. Verräg! Justine! Also, sie haben die Rack geschossen uns, was haben wir wohl? Oh, Keine! Oh, lass! Was haben wir vor? Oh! Okay, hilf! 怒hr relax! So, das war dann mein erster Part meines neuen Come-outs. Oh, ich bin zuerst. Was? Und wir sehen uns zum nächsten Part. Tschüss!